Und da sind wir auch schon wieder gegen Mary Ann am fliegen gleich hier. So, komm, 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 komm. Nicht, nicht. Alter, das war, oh, war das knapp. Und da ist der Monster dann schon wieder bestätigt. Und damit auch, ja genau, nochmal herzlich willkommen hier zu GTA 5. Wir müssen Mary Ann hier irgendwie versuchen zu schlagen. Nicht ins Gesicht, sondern vielmehr... Oh, scheiße, die hat gewonnen. Nein! Oh, du Hexe. Müssen wir auch noch laufen? Oh, Mann. Scheibenkleister. Na gut. Kannst du nur hoffen, dass du das hier irgendwie gebacken kriegst. Oh, die Waffe in der Hand brauchen wir nicht. Ohne Waffe können wir schneller laufen. Einfach mal wegstecken, das wäre, glaube ich, ganz cool. So, dann komm. Komm, kleinen Franklin, das packst du doch. Hauptsache, man nimmt die Punkte mit. Älter ist die weit hinten. Hallo. Ja, da hinten. Da ist Ziel. Gewonnen! Aber mal so richtig geil. Alter, kein Wunder, dass die alleine ist, ey. Dämonen-Austreibung, Franklin. So, was machen wir jetzt? Wir müssen ja noch ein bisschen was tun. Älter Schwede. Das war natürlich ein Ewigkeiten-Weg in die Stadt, ne? Ah, okay, pass auf, das ist ganz cool. Dann können wir nämlich auf Mike switchen. Switch, switch. Pass auf, das machen wir auch. Dann gehen wir mal in Richtung Mike. Und können dann nämlich bei ihm zu Hause, glaube ich, weitermachen und einmal zurück zur Stadt. Und da können wir dann tatsächlich ins Haus gehen und die Mission wohl ein bisschen vorantreiben. Und das wäre natürlich richtig gut. Hi. Oh, cheers. Okay, so, pass auf. Einmal nach Hause. Wo ist das Auto? Hallo, Auto? Auto, 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 Auto. Oh, hier, ich nehme das Auto. Das ist cool. Alter. Endlich mal ein kleines, schnelles Auto. Aber das ist voll gut. Nur die Kurvenlage ist scheiße. Der ist doch aber so. Die Kurvenlage ist kacke mit dem Auto. Der schwimmt zu sehr. Alter. Äh, Cabrio. Okay. Cabrios sind eh scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag Cabrios nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich mochte, früher mochte ich immer den vollen Mustern-Cabrio. Aber hier so den Klassiker halt so, ne? So ein 65er oder sowas. Klar, das war natürlich so mein Traum-Auto auch. So ein 65er voll Mustang und sowas. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das angucke, huch, wenn ich mir das angucke, wie die Autos aussehen, wenn die auf der Autobahn fahren oder etwas länger fahren, Bums, und du bist da am Gange, das sieht immer aus wie so ein Ballon oben drauf. Gut, die aktuelleren Autos, die haben alle so eine Art Hartop oder sowas drauf. Klar, so ein festes Dach. Aber ich habe neulich erst wieder ein Auto gesehen mit so einem Stoffdach da rauf. Ich muss echt sagen, das sah so scheiße aus, ohne Witz. So, was haben wir hier noch? Achso, hier müssen wir hin. Da. Da ist Animation! Hey, Mann. Was willst du? Ich bin dein Freund, ich will nicht nichts. Komm, deine Firma ist gut genug, hm? Gleiche wie immer. Ja, danke. Ich habe das wirklich sehr gut. Also, die Familie noch nicht zurück, hm? Nein. Oh, sie ist ein verdammt fuhl, Mann. Oh, ich bin es gut. Und, insofern all das Chaos in diesen letzten paar Wochen, ich glaube, ich habe es endlich herausgefunden. Ich weiß, das klingt verrückt. Nein, eigentlich nicht, das klingt verrückt, du weißt? Weil du... du bist ein Kill. Du weißt? Du bist ein Mann von Aktion. Du bist nicht auf die Kälte, du machst du Skoal. Du bist zurück, Mann. Wir sind zurück, okay? All we gotta go do is bust out Brad and then we're golden man. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam! No, it's not it. I got money. It just makes you miserable. I want to make movies. Great. And so where exactly does this leave me in the second act of your life? We're gonna do this last big job, and then we're gonna solve a partnership. This is not a game to me! Alright, this is a fucking way of life. I got a fucking family. Yell, I got nothing! No one gives a fuck about me! I do. Oh. Fuck you. I saw your grave. I mourned you. And then it turns out that everything I fucking thought about you was wrong. Everything! I'm dead, and you're not a man. But what the fuck are you?! I'm your fucking nightmare! Yeah, enough with your goddamn threats! Oh man! Let me just ask you something. Alright, something I've been thinking about. Up in North Yankton. Exactly who was buried in your place. I never gave it any thought. You know what I'm thinking? I had no clue. You treacherous piece of shit! You're fucking dead! You're fucking dead! You're fucking dead! You're fucking dead! Trevor! Hey! Tee! Okay, jetzt müssen wir den einfangen, oder was? Das ist mein Auto, you prick! Vergib dich zum Flughafen Los Santos. Toll, jetzt habe ich kein Auto hier. So einen Pfosten. Hier, halt mal einen! Unglaublich. Fuck you! Hey, come on! Where are you going? You know where I'm going! Fuck you! You don't need to go all the way to North Yankton to find out what I can tell you over a couple beers back at my house. Come on! We'll order pizza! Fuck you! Fuck your pizza! Fuck everything it stands for! This is insanity! Oh no! No, it's clear! And reasoned thought! Finally! Stop your car! Come on! Come back! We'll talk! I'm not gonna listen to another one of your lies! Hey, I'll lay it all out for you! Everything! Just stop the car! Turn around! I'm going up there to see it for myself! You'll be disappointed! I'll be something! It'll be an anti-climax! The grave's empty! Just a bag of sand! Something like that! Just smoke! Mirrors! The lies! How do you do it, man? The game is up! I'm trying to save you a trip! You've done me enough favors, buddy! Alright? Save your fucking breath! Trevor! Come on! Fuck you, Michael! Soon enough! I will! Okay. Shit! Ich würde sagen, die haben da so'n kleinen Disput, würde ich mal behaupten. Special Agent Norton. Shit! Davey! Shit, he knows! I think he knows! What? Who? I think! Shit! Shit! How? I don't know how! He used his head! But... Does he know? Does he know at all? Hey! He's on his way up to Ludendorff to confirm his suspicions! Shit! Then what? Then who fucking knows what? I don't know! I'm gonna go see if I can reason with him! I come, but I... I... Yeah, don't worry about it! This is between me and him! Besides, if it goes wrong up there, I'm sure you ain't far down his list! That's good to know! Oh, weia! Das dunkle Geheimnis! Woah! Alter, 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 alter! Nein! Oh, fuck! Fuck, 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 fuck! Ich bin hier gelandet! Hilfe! Hilfe! Ich bin hier raus! Ja, natürlich! Kann ich hier nicht irgendwo... Einfach drüber fahren! Hi! Und hier? Guck mal! Wo muss ich denn hin? Ey, ich soll tatsächlich... Oh, scheiße hier, ey! Alter, ich muss ja ernsthaft! Ohne Witz! Ey, und das nur, weil du runtergeschmissen wurdest? Wie scheiße ist das denn? Was denn bitte? Ja, du mich auch! Komm, hau ab! Ey, das ist doch kacke! Nur weil du von da oben runtergeschmissen wurdest? Oh Gott! Okay, dann müssen wir halt einmal ums Karree fahren! Na gut! Dann machen wir das doch einfach mal! Ja, natürlich! Ja, natürlich! Komm, hau ab! So, jetzt aber! Nochmal! Dann eiere ich diesmal, glaube ich, nicht so schnell da hinten runter! Damit ich nicht wieder da runterknalle! Oh Mann, ey! Ja, ich mache mit Absicht etwas langsamer! So! Bitteschön! Ey, das ist unglaublich, dass du hier nicht einfach so durchfahren konntest! Fies! Okay! Wir sind, glaube ich, da! Ja, komm! Wo hier? Okay! Wir gib dich zum Terminaleingang auf der oberen Etage! Okay! Wie kommt man da hoch? Wie kommt man da hoch? Der Flughafen! Ist auch mal wieder interessant, wie sie solche Gebäude auch nachbauen, nachgebaut haben! Weil die ja in Wirklichkeit genauso aussehen! Ist schon Hammer! So, wo? Da! Nette Begrüßung hier! Okay! Wo geht's hin? Fly US! Tschüß! Spiel vorbei! Ludendorff! Hier fing alles an! Wenn man sich daran erinnert! Bekannte Gegend! Erster Teil! Okay! Wir gehen nach Los Santos! Wir gehen nach Los Santos! Wir beginnen! Ich habe ein Begrüß! Der Schlag wird komplett entfernt! All right! All right! Everybody pay attention! No one gets hurt! Trust me! Darling! Look at me! Amanda! Es war die einzige Sache, ich konnte es tun! Entweder alle sterben, oder ein Mann rauskommt! Ich bin der Mann! Slow and steady, Team! Slow and steady! Sein Name ist Dave Norton! Nice guy! Realist! Er bekommt die Glück, ich rauskommt! Es ist nicht sogar eine Entscheidung! Amanda! Ich habe keine Wahl! Du willst du hier, wo es immer snowing ist? Oder du willst du und leben, wo es immer sunny ist? All right! Du willst leben? Dich, du willst leben! Mach das! Es ist ein Depot aus der Stadt, du musst dich nicht wissen! Trust mich! Nichts wird sich falsch! Nichts! Ja, ich höre dich! Wir müssen nachholen die Karte! Alles wird funktioniert! Ich habe das Problem gemacht, Amanda! Es ist vorbei! Vielleicht... Wir kommen raus! Sei glücklich! Sei normal! Es soll nicht so runtergehen! Okay, da hat wohl einer ein Zwiespeld mit seiner eigenen Persönlichkeit! Okay! Begib dich zu deinem Grab! Wollte ich gerade sagen! Das ist doch hier irgendwie... Okay! Können wir hier einfach so rein? Nee, da muss wieder an der Seite lang! Alles klar! Hier am Friedhof an der Kirche! Ja, ich dachte man könnte hier links irgendwie vorbei! Okay, das ist jetzt ein bisschen unheimlich, muss ich sagen! Wenn man jetzt zu seinem eigenen Grab geht, alter! Okay! Wer wurde da? Tee? Ja, das war in der Licht! Ja, ich versuche es, Trevor! Ich versuche es, Trevor! Es gibt nichts da! Das ist es! Moment der Wahrheit! Ich versuche es! Als ob ich nicht wusste! Brad! Schau! Wir machen was wir müssen, um zu überleben. Das Ding! Das Ding! Das nicht funktioniert wie es sollte! Oh! Wie war das? Wie war das? Mit Brad in der Küche? Ich in der Boden? Oder wir beide in der Küche? Brad wurde getötet! Du hast es gesehen! Er hat es nicht gemacht! Ich habe getötet, ich habe es gemacht! Das ist es! Ich denke, das nur was, das nicht so gut war, war ich auf deinem Begriff auf deinem Begriff, zehn Jahre später! Mikey! Ich versuchte dich! Und ich vermisste dich! Aber ich habe eine fucking Familie, Trevor! Wir waren alle zu sterben! Er hat sich sterben! Du Reptilianer! Möchtest du? Ich wollte das nicht so gut kommen! Ich wollte es nicht so gut kommen! Ja, du hast es! Du hast nur die fuckingen Bälle, um es zu tun! Aber ich mache! Ich habe mehr zu verlieren als du! Ich habe keine Sprache. Ich habe keine Sprache. Ich habe keine Sprache. Ich habe keine Sprache. Jetzt, schau mal die fuckinge Trigger! Du hast nicht geschafft. Gehe den fuckingen Schrauben! Wer ist das? Fuck! Fuck! Joe Phillips! Herr Choward hat eine Sprache! Hey, ho ho! Ich bin nicht der Mann, du hast dich! Hey, tassen Sie mir! Tassen Sie mir! Get the boyfriend! Boyfriend? Motherfucker! Okay, boyfriend. Alles klar. Äh, ich lau... Alter, was geht denn hier los? Nein, 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 nein! Komm! Wir müssen abhauen! Weg, 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 weg! Weg, 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 weg! Ich muss nicht erwischen lassen! Nee, 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 komm! Lauf, lauf, lauf! Nicht anhalten! Scheiße, warum läuft der denn nicht immer so? Alter! Okay, ich dachte, man könnte einfach durchrushen, aber... Nein. Dann halt nochmal. Okay. Wobei, ich würde sagen, das kann man auch in der nächsten Folge machen. Nur eine Pistole? Ach, du grüne Scheiße. Okay. Da ist noch einer irgendwo. Da hinten. Komm, zeig mir dein Gesicht. Und ich erlöse dich. Ey, der lebt ja immer noch. So, jetzt verreckt doch endlich mal hier. Alter Schwede, ey. Okay, jetzt habe ich Maschinengewehr. Gut, Freunde. Wie das weitergeht, machen wir mal in der nächsten Pause aus. Guck mal, Alter, da ist richtig was los hier. Alter Schwede. Da ist das Auto. Da muss ich hin. Na, herzlichen Glückwunsch. Da haben wir uns was ausgesucht. Gut, liebe Freunde. Wie gesagt, wenn euch der Part gefallen hat. Ich habe nicht viel gesprochen in dieser Folge. Weil es war ziemlich viel Dialog im Spiel. Es hat auch ziemlich viel, muss ich sagen, Zusammenhang jetzt ins Spiel gebracht. Vom ersten Teil bis jetzt. Somit sieht man einfach die Geschichte, wie sie bisher verlaufen ist. Wie das hier gestartet ist. Von dem ersten Überfall bis hin jetzt zum Tod von dem dritten Kumpel im Endeffekt. Beziehungsweise vierte, wenn man jetzt Franklin mit anrechnet. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, bewertet den Part. Da oben würde ich mich freuen. Lasst ein Abo da und wir sehen uns wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.